Heute stehen wir in das Kapitel 9, das letzte Kapitel der Publikation Prävention von Aggression und Gewalt gegenüber Beschäftigten in der Notaufnahme von Stephanie, Marie und Mitarbeiterinnen vom Zentralinstitut für Arbeitsmedizin und Maritime Medizin am UK Hamburg-Eppendorf, also Kapitel 9, Nachsorge. Hier, das sind nochmals die Autorinnen. Wir haben bereits acht Kapitel besprochen, nun das letzte Kapitel, Nachsorge. In diesem Kapitel wird dargestellt, was nach einem Gewaltereignis im Umgang mit betroffenen Kolleginnen zu berücksichtigen ist, damit diese den Vorfall so gut wie möglich verarbeiten können. Grundlegend ist ein betriebliches Konzept zur Nachsorge, das im Sinne der sekundären Tertiärprävention verschiedene Bausteine enthält. Das Nachsorgekonzept muss das Vorgehen nach körperlichen sowie verbalen bzw. nonverbalen Gewaltereignissen beinhalten. Dabei müssen für alle Schritte verantwortliche Personen und Stellen definiert werden. Hier ein Verlaufsschema zu traumatischen Ereignissen. Wir haben die Phasen, Zielmaßnahmen, verantwortlichen Akteure, Primärprävention, Sekundär- und Tertiärprävention, Ziel in der Primärprävention, Gefährdungen minimieren, Belastungsspitzen minimieren, Sekundärprävention, Gesundheitszustand stabilisieren und Tertiärprävention, das Ziel stabilisieren, Rehabilitation, Eingliederung, Unterstützung bei Wiederaufnahme der Tätigkeit. Maßnahmen in der Primärprävention, Gefährdungsbeurteilung, Unterweisung, Notfallmanagement, Sekundärprävention, psychologische Erstbetreuung, Beratung, Unterstützung, Training, Vermittlung und Tertiärprävention als Maßnahmen, Probatorik, Diagnostik, Psychotherapie, Reha-Management, Unterstützung, Begleitung, betriebliches Eingliederungsmanagement. Die Verantwortung in der Primärprävention liegt bei der Unternehmensleitung, bei der Sekundärprävention ebenfalls bei der Unternehmensleitung, Tertiärprävention beim Unfallversicherungsträger, Unternehmensleitung und Akteure in der Primärprävention, Aufsichtspersonen, Unternehmerinnen, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärztinnen, in der Sekundärprävention, Erstbetreuerin, Notfallseelsorgerin, Kriseninterventionsteam, Betriebliche, Psychologinnen, Sozialberatung, Betriebsärztinnen, Notfallpsychologinnen und in der Tertiärprävention, Psychotherapeutin, Reha-Managerin, Führungskräfte, Durchgangsärztinnen, Betriebsärztinnen, Kollegen und Aufsichtspersonen. In einer weiteren Abwägung wird beispielhaft einen Workflow aus der Charité Universitätsmedizin Berlin gezeigt, der Anlasspunkte für die akute, mittel- und langfristige Nachsorge beinhaltet und somit als Gedankenstütze für die Beschäftigten dienen kann. Hier diese Ablaufbeschreibung für das Vorgehen nach übergriffen oder traumatisierenden Ereignissen im Dienst. Ja, wieder verantwortlich, Ablauf und Bemerkungen, der Mitarbeiter erleidet Übergriff oder traumatisierendes Ereignis, Kollegen und Mitarbeiter, Gespräche und Geschütze umgeben suchen, einschätzen der Situation durch betroffene Mitarbeiter, gegebenenfalls sofortige Freistellung, gegebenenfalls polizeiliche Anzeige, dann Kollegen und Mitarbeiter, Informationen und Vorgesetze, gegebenenfalls Pflegedirektion, Ärztedirektor und dann Dokumentation des Aggressionsereignisses, Formular, Meldung von Aggressionsereignissen oder Verbandsbuch. Das Formular kann zu jedem Zeitpunkt durch den Mitarbeiter genutzt werden, auch ohne Kontaktaufnahme zu Kollegen und wenn gewünscht in anonymer Form. Es muss nicht zwingend durch den betroffenen Mitarbeiter ausgeführt werden, dann Weitergabe an Bereichsleitung, gegebenenfalls anonymisiert und es geht dann weiter, liegt eine körperliche und oder psychische Verletzung vor. Ja, dann Vorstellung der Arzt, Unfallanzeige, gegebenenfalls Vorstellung bei der Arzt zur Aufnahme selbst physischen, psychischen Verletzungen. Bei physischen Verletzungen kann zusätzliche Gewaltschutzambulanz kontaktiert werden. Unfallanzeige erfolgt, wenn keine körperliche oder psychische Verletzungen besteht. Nein, längerfristige Freistellung vom Dienst, ja, Telefonfürsorgegespräch, Rückkehrgespräch und im Weiteren dann gegebenenfalls Teambespräch, Mediation, Einzelgespräche. Zum Nachsorgekonzept zählen auch die entsprechende Unterweisung der Beschäftigten, die Erstellung von Notfallplänen sowie die Kooperation mit weiteren Einrichtungen, in denen Betroffene Hilfe erhalten, zum Beispiel Beratungsstellen, Kliniken, Trauma und Gewaltambulanzen. Bei längerer Abwesenheit der Betroffenen nach einem Vorfall muss auch die Unterstützung bei der Wiederaufnahme der Tätigkeit organisiert werden. Gut organisierte Nachsorgeprozesse helfen Beschäftigten, die nach einem Gewaltvorfall körperlich oder seelisch beeinträchtigt sind, das Geschehene zu verarbeiten. Doch viele alltägliche Gewaltereignisse finden unterhalb einer Schwelle statt, ab der Nachsorgekonzepte greifen, zum Beispiel Beleidigungen. Doch auch wenn nicht jedes Gewaltereignis ein starkes Belastungsempfinden auslöst, kann über einen längeren Zeitraum in der Summe ein stärkeres Belastungsempfinden vermutet werden. Diese ersten Kumulationen über einen längeren Zeitraum entstehenden psychischen Gesundheitsschäden gelten allerdings nicht als Arbeitsunfälle, da letzter per Definition durch ein singulärs maximal auf einer Arbeitsschicht begrenztes Ereignis ausgelöst sein müssen. Außerdem gibt es in Deutschland bisher keine anerkannte Berufskrankheit bestimmter psychischer Störungen. Somit ist Präventionsarbeit gefordert, um auch unterschwelliger Gewalt entgegenzulögen. Die Arbeitgebenden sind in der Pflicht, die Maßnahmen der Primärprävention umzusetzen. In Anbetracht der hohen Dunkelziffer bei Gewaltereignissen ist es außerdem wichtig, dass Führungskräfte das Thema Gewalt proaktiv adressieren. Es sollten zudem im Rahmen der Nachsorge Möglichkeiten geschaffen werden, um auch solche Vorfälle aufarbeiten zu können, die zunächst weniger gravierend erscheinen. Dafür kommen zum Beispiel kleine Gesprächskreise unter Kollegen, Teambesprechungen oder Teamsupervisionen in Frage. Außerdem gibt es für psychisch belastende Ereignisse, die nicht als Arbeitsunfall gelten, dennoch Angebote zur telefonischen Krisenberatung seitens der Unfallversicherungsträger, siehe etwa ähnliche Angebote zur anonymen psychosozialen Peerberater. In Krisensituationen gibt es auch von anderen Anbietern. Peers sind Kollegen aus derselben Fachdisziplin, die auf Augenhöhe beraten und über dieselben Kenntnisse zum Arbeitsbereich sowie zu den Arbeitsbedingungen verfügen. Hier ein Notfallplan für traumatische Ereignisse, das Ereignis, Alarmierung, Notrufabsätze, interne, extern, innerbetriebliche Meldekette, aktivieren, initiieren, Unternehmungsleitung, Führungskräfte, Fachkraft für Arbeitssicherheit, gegebenenfalls Betriebsarzt, Erstbetreuung, Erstbetreuer, Kontaktaufnahme zu der betroffenen Person, möglichst am Ereignisort, Abschirmung, sich kümmern, nicht alleine lassen und Begleitung nach Hause, privates Umfeld zum Arzt oder Psychotherapeuten oder Unternehmer, Information der Berufsgenossenschaft, der Unfallkasse und Vermeldung an zuständigen Unfallversicherungsträger. Akute Nachsorge. Es ist wichtig, ein Erstversorgungskonzept der Gewaltereignisse in der Notaufnahme zu erarbeiten, damit bei der unmittelbaren Betreuung von betroffenen Kollegen vor Ort Handlungssicherheit besteht. Die wichtigsten Punkte sollten in einem Notfallplan festgehalten und ausgehängt werden. Dieser Plan kann für die eigene Notaufnahme angepasst werden, sodass für die Akutsituation ein systematisches Vorgehen festgelegt ist und alle wissen, wie sie sich zu verhalten haben bzw. wer zu informieren ist. Beim Umgang mit akutt traumatisierten Beschäftigten gibt es einige Dinge zu beachten. In die akute Nachsorge sind in der Regel Vorgesetzten und Kolleginnen eingebunden, da diese die primären Kontaktpersonen vor Ort sind. Teilweise werden Akutmaßnahmen z.B. auch durch Kriseninterventionsteams angegliederte psychiatrische Abteilung oder die Seelsorge angeboten. Die kollegale Erstbetreuung greift direkt nach dem Gewaltereignis. In den Krankenhäusern einiger Interviewteilnehmerinnen war bereits eine Peerberatung, die speziell dafür weitergebildete Kolleginnen organisiert. In der Akutphase geht es um unmittelbare praktische Unterstützung sowie einfühlsamen Beistand. Es geht ausdrücklich nicht darum, konkrete psychotherapeutische Methoden anzuwenden. Das Ziel ist, die Stressreaktion zu lindern, die u.a. durch Angst, Übererregung oder eine Bedrohungserlebung geprägt sein kann. Außerdem sollen Orientierung und Sicherheit vermittelt werden. Die Erstbetreuung endet, wenn eine professionelle Versorgung und oder die Anbindung an das soziale Umfeld der Betroffenen sichergestellt ist. Hinweis! Es besteht die Möglichkeit, einige Mitarbeitende Notaufnahme zu betrieblichen, psychologischen Erstbetreuenden Ausbildungen zu lassen, um eine gute, unmittelbare Versorgung von Kolleginnen nach traumatischen Ereignissen zu gewährleisten. Nicht zu verwechseln mit der medizinischen Erstenhilfe von betrieblichen Ersthelfenden nach körperlichen Verletzungen. Die Unfallversicherungsträger fördern diese Qualifizierungsmaßnahmen und haben hier für bereits Standards entwickelt, die etwa auch eine Supervision oder Psychosozialberatung für die Erstbetreuenden selbst beinhalten. Im Vergleich zu Führungskräften sind Kolleginnen aufgrund des engen Vertrauensverhältnisses gegebenenfalls besser zur Betreuung in der Akutphase geeignet. Es besteht zudem die Gefahr, dass Betroffenen unter Schock gegenüber Führungskräften intime Details preisgeben, z.B. über frühere Traumatisierungen und dies später bereuen. Dennoch sind die Führungskräfte weiterhin für die Beschäftigten verantwortlich und ihnen kommen in der Akutphase wichtige organisatorische Aufgaben zu, um den Betroffenen den Rücken zu stärken. Das sind beispielsweise Freistellungen von der Arbeit, Dokumentation des Vorfalls und Meldungen als Arbeitsunfall sowie Abschirmung der Betroffenen von aufgebracht Patienten, Begleitpersonen oder unter Umständen zunächst auch von der Polizei, falls die Betroffenen unter Schock stehen, damit sie zu ihrem eigenen Schutz keine vorschnellen Aussagen tätigen. Tipps für den Umgang mit akut traumatisierten Kolleginnen Vermittlung von Sicherheit und Schutz, Betroffenen in einen geschützten Raum bringen, sicherstellen, dass keine anhaltende Gefahr von dem der Täterin ausgeht, den Fokus auf die Sicherheit lenken, ruhige Atmosphäre schaffen und Zeit nehmen, um die Reorientierung der Betroffenen zu fördern. Ähnliche Gesprächsebene, Augenhöhe einnehmen und aktiv zuhören. Hier sind wir unter uns, es kommt niemand rein. Kontakt und Beziehungsaufbau, sicheres Auftreten der Erstbetreuen, diese übernehmen, die Kontrolle als Fels in der Brandung. Gleichgeschlechtelbetreuung nach sexualisierten Übergriffen. Validierung des erlittenen Leits, Grundhaltung der Helfenden, Akzeptanz, Wertschätzung und emotionale Einfüllung. Emotionen, Anerkennung und da sein lassen. Wichtig, möglichst wenig über das erlebte Trauma sprechen. Normalitätsprinzip Betroffenen erklären, dass sie nicht verrückt werden und ihre Reaktionen der Situation entsprechend angemessen und normal sind. Korrigierend Einwirken bei eigenen Schuldzuweisungen, Scham oder katastrophisierender Bewertung des Ereignisses. Kontrollverlust entgegenwirken. Hilflosigkeit und Ohnmacht entgegenwirken. Betroffenen Kontrolle über die Situation geben, indem sie an einfachen Entscheidungen beteiligt werden. Es kann vorkommen, dass Betroffene bestimmte Stressreaktionsmuster zeigen, freeze, flight or fight, die gegebenenfalls auch wechselnd, z.B. in den Emotionen festhängen, wie betäubt sein, stark rübeln, ein Gefühl der Unwirklichkeit, Impulse von Angst oder Fluchtverhalten, Desorientiertheit, Anspannung oder Herzrasen. Dann gilt es, die Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. Bezug zur Gegenwart mit einfachen Aufgaben wiederherstellen, einen Schluck Wasser trinken, einen Gegenstand drücken, z.B. Stuhllehne oder Ball, Gegenstände oder Farben aus dem Braun benennen, auf die Atmung konzentrieren oder spazieren gehen. Hier können Erstbetreuende sich ruhig etwas direktiver verhalten, um den Betroffenen aus der Emotionsspirale zu helfen. Psycho-Edukation Erläutern, dass es im Rahmen der Stressreaktion ganz normal ist, wenn es zu verschiedenen und wechselnden Symptomen sowie emotionalen Reaktionen kommt. Wichtig, den Fokus nicht auf Symptome und negative Folgen legen, sondern auf die Stärken der Resilienz. Dosierte Informationen über möglicherweise auftretende Symptome und Hinweise zum Umgang mit diesen mitgeben. Darauf hinweisen, dass keine Substanz zum Betäuben der Emotionen eingesetzt werden sollten, wie Alkohol oder Beruhigungsmittel. Informationen zu Hilfsangeboten als Flyer mitgeben, etwa zum Psychotherapeutenverfahren der Unfallversicherungsträger. Soziale Unterstützung, Förderung von sozialer Anbindung nach Einwilligung der Betroffenen enge Bezugspersonen einbinden, Betroffene abholen lassen oder nach Hause begleiten. In Kontakt bleiben. Zeitpunkt und Medium der nächsten Kontaktaufnahme dem Wunsch der Betroffenen entsprechend vereinbaren, zum Beispiel Telefonate oder Textnachricht. Darauf achten, dass in der Zwischenzeit Unterstützung durch das soziale Umfeld gewährleistet ist. Verhaltensweisen, die im Umgang mit akut traumatisierten Kolleginnen zu vermeiden sind. Nicht bagatellisieren oder kritisieren. Der Vorfall darf nicht bagatellisiert werden. Denn die subjektive Bewertung der Betroffenen ist ausschlaggebend dafür, ob das Ereignis als traumatisch wahrgenommen wird oder nicht. Emotionen dürfen daher nicht angezweifelt werden. Ebenfalls sollten im Rahmen der Nachsorge keine Kritik am Verhalten der Betroffenen vor- bzw. während des Vorfalls geübt werden. Kein Fokus auf negative Folgen. Bei der Psycho-Edukation zu möglichen Symptomen ist es wichtig, nicht zu detailliert auf die Pathologie einzugehen, damit es nicht zu selbsterfüllenden Wahrnehmungen kommt. Vorübergehende Stressreaktionen sollten als normale Reaktionen auf ein unnormales Ereignis eingeordnet werden. Konstruktive Informationen, die an die Resilienz der Betroffenen appellieren, sowie Verweise auf mögliche Hilfsangebote sollten priorisiert werden. Betroffene nicht ausfragen. Gespräche über den Vorfall sollten begrenzt werden. In keinem Fall sollten Betroffene aufgefordert werden, vom Vorfall oder ihren emotionalen Reaktionen darauf zu sprechen. Die Briefings als einmalige Interventionen, in denen Teilnehmer das traumatische Ereignis und ihre Reaktionen darauf durcharbeiten, werden nicht als Frühintervention empfohlen, da vermutet wird, dass diese die Symptomatik aufrechterhalten. Ebenfalls sollten keine ähnlichen Geschichten erzählt werden, die man selbst oder dritt erlebt haben. Das kann eine zusätzliche Belastung darstellen. Betroffene nicht sich selbst überlassen, auch wenn Betroffene schnell die Situation verlassen möchten, sollte vorher eine Begleitung für den Heimweg und die weitere soziale Anbildung sichergestellt sein. Keine Intervention aufdringen. Den Betroffenen sollte keine Hilfsangebote aufgedrängt werden. Dennoch sollte den Interventionen das möglicherweise anhaftende Stigma genommen werden, was eine wichtige Führungsaufgabe ist. Der Vorfall darf nicht variatisiert werden, denn die subjektive Wettung der Betroffenen ist ausschlaggebend dafür, ob das Ereignis als traumatisch wahrgenommen wird oder nicht. Emotionen dürfen daher nicht angezweifelt werden. Bei körperlichen Verletzungen ist nach der medizinischen Erstversorgung Ersthilfe ein Besuch bei Durchgangsärztinnen vorgesehen. Schon bei Verdacht auf Verletzungen sollte das den Beschäftigten sicherheitshalber empfohlen werden, da Verletzungen nicht immer sofort zu erkennen sind. D-Ärztin sind von den Landesverbänden der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zugelassene Fachärztin, die als repräsentierende der gesetzlichen Unfallversicherungsträger das Heilverfahren koordinieren. D-Ärztinnen gibt es in den meisten Krankenhäusern. Der Besuch bei D-Ärztin ist dabei keine Voraussetzung für die Meldung eines Arbeitsunfalls an die Unfallversicherungsträger. Anzeigepflicht ist das Unternehmen bzw. eine von diesem bevollmächtigte Person. Hinweis, wichtig, psychische Reaktionen auf traumatische Ereignisse können ebenfalls einen Arbeitsunfall darstellen, auch ohne zusätzliche körperliche Verletzungen. Bei Hinweisen auf psychische Symptome sind D-Ärztin aufgefordert, die Unfallversicherungsträger zu informieren oder direkt eine psychotherapeutische Behandlung zu veranlassen. Die Unfallversicherungsträger haben hierfür das Psychotherapeutenverfahren etabliert, damit es nicht zu Entstehungen bzw. Chronifizierungen von gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Psyche kommt. Betroffenen werden innerhalb einer Woche nach Auftragserteilung zunächst bis zu fünf probatorische Sitzungen bei Psychotherapeutinnen aus dem Netzwerk der Unfallversicherungsträger angeboten. In diesen Sitzungen erfolgen unter anderem Diagnostik, Psychoedukation, Krisen oder Frühintervention sowie die Ermittlung des weiteren Behandlungsbedarfs. Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege bietet als niederschwelliges Angebot auch professionelle psychologische Beratung per Telefon an. Mittel- und langfristige Nachsorge Nach einem Gewaltvorfall ist es wichtig, dass arbeitgebende Vorgesetzte und Kollegen die Betroffenen verständnisvoll begleiten. Da Symptome nach traumatischen Ereignissen auch erst zeitverzögert auftreten können, sollten Führungskräfte die Betroffenen weiterhin im Blick behalten und auf Veränderungen in der Persönlichkeit bzw. im Verhalten achten. Das Erkennen von psychischen Auffälligkeiten bzw. Veränderungen und das Ansprechen dieser gegenüber Betroffenen können Führungskräfte etwa in Seminaren lernen und so ihrer Fürsorgepflicht gerecht werden. Es kann ein wechselndes Beschwerdefeld auftreten, z.B. Gefühlsschwankungen, Gereiztheit, Agitiertheit, Konzentrationsschwierigkeiten bei der Arbeit oder auch sozialer Rückzug. Bei Bedarf sollten Führungskräfte frühzeitig eine Versorgung einleiten. Die Verantwortlichen des Krankenhauses sollten schnellstmöglich mit dem Unfallversicherungsträger Kontakt aufnehmen bzw. den Arbeitsunfall melden, damit die Unfallversicherungsträger in die medizinische und psychologische Nachsorge eingebunden werden. Bisher erfolgen entsprechende Meldungen und überwiegend im Zusammenhang mit körperlichen Verletzungen. Daher appellieren die Unfallversicherungsträger an die Verantwortlichen, auch psychisch traumatisierende Ereignisse frühzeitig als Arbeitsunfall zu melden. Kolleginnen sind wichtige soziale Bezugspersonen für die Betroffenen und sie sollten den Kontakt aufrechterhalten, auch wenn dies zunächst vielleicht von den Betroffenen abgelehnt wird. Die Verantwortung in der mittel- und langfristigen Nachsorge tragen aber weiterhin die jeweiligen ärztlichen, pflegerischen bzw. administrativen Führungskräfte. In der Interviewstudie wünschen sich Teilnehmer, dass Führungskräfte aktiv auf Betroffene zugehen würden, um sich nach deren Befinden oder weiteren Bedarfen zu erkundigen. Führungskräfte sollten ein Gespräch anbieten, sobald sie von dem Vorfall hören, sofern sie nicht ohne den entsprechenden Notfallplans direkt informiert wurden. Nach etwa zwei Wochen sollten sie erneut nachfragen, wie es den Betroffenen geht. Durch Nachbesprechung des Vorfalls können Führungskräfte wichtige Informationen erhalten, um entsprechende Vorfälle zukünftig zu vermeiden. Es muss allerdings bedacht werden, dass Nachbesprechungen keine Ermittlungen sind. Nachbesprechungen im Rahmen der Nachsorge dienen nicht der kritischen Auseinandersetzung oder der professionellen emotionalen Aufarbeitung, sondern sie orientieren sich an den Bedürfnissen der Betroffenen. Die emotionale Aufarbeitung des Traumas ist Aufgabe von dafür ausgebildeten Fachkräften. Führungskräfte sollten bei Bedarf über mögliche internen und externe Anlaufstellen informieren. Seelsorge, psychosoziale Beratung, aber auch Betriebsärztin können gegebenenfalls unterstützen und beraten. Für professionelle Therapeutschilfe sollte eine Weiterleitung an die Angebote der Unfallversicherungsträger erfolgen, Psychotherapeuten Verfahren. Das Informationsmanagement im Team der Notaufnahmen nach Gewaltereignissen sollte ebenfalls bedacht werden. Über entsprechende Vorfälle wird unter den Kolleginnen ohnehin gesprochen. Daher sollten die Vorgesetzten dafür sorgen, dass korrekte Informationen zum Geschehen zur Verfügung stehen, die zur Aufklärung der Beschäftigten beitragen und einer möglicherweise bestehenden Verunsicherung entgegenwirken. Dabei muss der Schutz von sensiblen Informationen zu den Betroffenen berücksichtigt und bei Bedarf Rücksprache mit ihnen gehalten werden. Bei längerer Abwesenheit von Betroffenen sind die Arbeitgeber zudem verpflichtet, das betriebliche Eingliederungsmanagement anzubieten. Dies gilt, wenn innerhalb von zwölf Monaten eine Arbeitsunfähigkeit von sechs Wochen oder mehr Vorlag am Stück oder in Summe. Das Angebot kann aber auch bei kürzerer Krankheit unterbreitet werden und es ist außerdem unerheblich, ob die Arbeitsunfähigkeit betrieblich oder private Ursachen hatte. Der genaue Ablauf ist nicht festgelegt. Es handelt sich um einen ergebnisoffenen Prozess, der im Interesse der Betroffenen in Gesprächen festgelegt wird. Ziel ist die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit und der Erhalt des Arbeitsplatzes. Dabei stehen die Bedürfnisse der Betroffenen sowie deren eigenen Ideen und Lösungsvorschläge im Mittelpunkt. Es werden Maßnahmen vereinbart, die den Einstieg erleichtern, wie die stufenweise Wiedereingliederung. Die Teilnahme am betrieblichen Eingliederungsmanagement ist für die Betroffenen freiwillig. Mit ihrer Zustimmung können zusätzlich zum zur Arbeit gemeinten weitere Beteiligte in die Gespräche eingebunden werden, zum Beispiel eine Vertrauensperson der Betroffenen aus dem persönlichen Umfeld bzw. aus der Einrichtung, Betriebsärztin oder die Schwerbehindertenvertretung. Praxistipps, allgemeine Hinweise. Nachsorgekonzept für die akute, mittel- und langfristige Nachsorge erarbeiten, das nach jedem Vorfall angewandt werden soll, ohne dass die Betroffenen selbst nach Hilfe fragen müssen. So werden sie vor Stigmatisierung geschützt und es fällt ihnen leichter, die Angebote anzunehmen. Auf diese Weise ist die Gefahr geringer, dass ein Nachsorgebedarf übersehen wird. Im Arbeitsalltag Räume für das Thema Gewalt schaffen auch für unterschwellige Gewaltereignisse z.B. intim besprechen. Auch die indirekt betroffenen Vorfälle Zeuginnen im Nachsorgeprozess berücksichtigen. Anlaufstellen etablieren und bekannt machen z.B. Seelsorge, Kriseninterventionsdienst und psychosoziale Beratung gegebenenfalls auch Betriebsärztinnen. Bestenfalls gibt es Angebote für inner- und außerbetriebliche Maßnahmen, da einige Mitarbeitern sich lieber betriebsinternen Personen anvertrauen, wenn andere sich wiederum bei externen Personen leichter öffnen können. Einige Vor- und Nachteile sind nachfolgend dargestellt. Innerbetriebliche Maßnahmen bringen zunächst organisatorischen Aufwand mit sich, z.B. Fortbildung von Mitarbeitern. Dafür kennen die Betreuenden die betrieblichen Abläufe besser. Externe Betreuende kennen gegebenenfalls die Arbeitssituation der Betroffenen nicht so gut bringen, aber eine unvoreingenommene Perspektive ein. Hier gibt es auch spezielle Betreuungsangebote für Personen aus dem Gesundheitswesen. Akute Nachsorge. Die unmittelbare Nachsorge nach traumatischen Ereignissen sollte folgende Beschritte beinhalten, festlegen, wer informiert bzw. hinzugezogen wird und die Kontaktdaten in einem Notfallplan bereithalten. Führungskräfte Betroffenen aus dem Dienstnehmen, Personal aus der Bereitschaft anfordern. Betreuung z.B. durch ausgebildete Erstbetreuende, Seelsorge, Kriseninterventionsteams oder, wenn diese nicht verfügbar sind, auch durch erfahrene und entsprechend instruierte Kolleginnen. In der Frühphase ist Entlastung durch Kontakt zu Ansprechpartnerinnen aus dem beruflichen Umfeld und die soziale Unterstützung ausschlaggebend für die Verarbeitung. Grundsätzliche Verhaltensregeln im Umgang mit Betroffenen beachten. Soziale Anbindung, Begleitung für den Heimweg organisieren, Kontakt aufrechterhalten, z.B. Anrufe durch betriebliche psychologische Erstbetreuende. Das gilt insbesondere in Situationen, in denen Betroffenen noch nicht an einer Betreuung angebunden sind bzw. diese zunächst ablehnen und erstmal zu Hause bleiben. Führungskräfte und Erstbetreuende Betroffene auf interne oder externe Angebote aufmerksam machen, z.B. Seelsorge, Sozialberatung oder Psychotherapie und bei der Wahrnehmung dieser unterstützen. Entsprechende Kontaktdaten bereithalten. Es ist wichtig, dass die Betroffenen nicht selbst nach Hilfe fragen müssen, sondern ihnen diese aktiv angeboten wird. Führungskräfte, Meldung des Arbeitsunfalls an die Unfallversicherungsträger, Kontaktdaten bereithalten, telefonische Kontaktaufnahme möglich. Gegebenenfalls Einleitung des Psychotherapeutenverfahrens durch die Unfallversicherungsträger. Mögliche körperliche Verletzungen nach der medizinischen Ärztenhilfe von Durchgangsärztinnen abklären lassen. Die Ärztinnen können bei Hinweisen auf psychische Beschwerden ebenfalls die Vorstellung bei Psychotherapeutinnen aus dem Netzwerk der Unfallversicherungsträger veranlassen. Mittel- und langfristige Nachsorge, unterstützende und rücksichtsvolle Begleitung der Betroffenen, Aufgaben der Führungskräfte, aktive Nachfragen zum Befinden der Betroffenen, auf interne und externe psychosoziale und oder therapeutische Hilfsangebote hinweisen. Gegebenenfalls professionelle Begleitung durch das Psychotherapeutenverfahren der Unfallversicherungsträger anregen. Das gilt insbesondere dann, wenn Verhaltensänderungen bei Betroffenen bemerkt werden und die Vermutung besteht, dass diese bei der emotionalen Verarbeitung des Vorfalls Unterstützung benötigen. Kontaktdaten zur Vermittlung bereiten. Angebot des betrieblichen Eingliederungsmanagements nach längerer Abwesenheit. Nun sind alle Kapitel dargestellt und zusammenfassend kann man nochmal zurückgreifen auf die Publikation von Stefanie Machi und Co-Auteurin des Universitätsklinikum Eppendorf.